Legen wir einfach mal los. Genau, also wer war schon mal in einer toxischen Beziehung? Mal einmal, okay, alles klar, gut. Also ich erzähle auf den Lesungen auch immer gerne ein bisschen drum rum. Ich hatte ja vor, wann war das, glaube ich, vor fünf Jahren oder so, da hatte ich das ganze Mal meine Paartherapie-Praxis, habe angefangen mit meinem YouTube-Kanal, kam gerade aus einer, ich muss mal überlegen, 16-jährigen Beziehung, relativ normal, sage ich mal, mit Kindern und allem Pipapo. Und ja, bin dann so mit Mitte 40 auf diesem Dating-Markt gekommen, habe so gedacht, ja, das kann ja so wild alles nicht sein, irgendwie so. Und habe dann festgestellt, wow, das ist ja total verrückt, was hier so abgeht und hatte dann den Kanal angefangen, der war eigentlich so gedacht als, weiß ich nicht, Kanal, so rund um Beziehungen, weil ich ja Paartherapeut bin. Und dann, ja, haben sich aber relativ schnell so meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe, so, ob das jetzt irgendwie im Dating-Bereich war oder dann hatte ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben diese, was will ich gleich mal erzählen werden, solche, ja, bindungsängstlichen Beziehungen, Krümelbeziehungen. Und dachte mir, wow, was geht denn hier ab? Das ist ja in der Sachen, die, also waren mir gar nicht so bewusst, was es da so alles gibt. Und ja, habe mich da ein bisschen auf die Suche gemacht und in verschiedenen Ländern auch so, sag ich mal so, außerhalb der Mainstream-Psychologie-Szene auch viele spannende Antworten gefunden. Habe die das dann eingebaut in den Kanal, haben sich immer mehr Leute darauf gemeldet und so hat das dann irgendwie so eine Fahrt aufgenommen. Und ja, es geht für mich auch immer weiter. Also es ist wirklich, dass man jedes Jahr irgendwie neue Sachen versteht, neue Erkenntnisse hat. Und ja, finde ich total spannend im Prozess. Und ja, eine der ersten Sachen, auf die ich so bestoßen bin, finde ich immer noch total beziehenden Begriff, die Krümelbeziehung. So, dies ist quasi der Prototyp einer toxischen Beziehung, offenbar weit verbreitet und mit viel Angst vor Intimität auf beiden Seiten verbunden. Ich nenne sie die bindungsängstliche Beziehung oder kurz die Krümelbeziehung, weil es dort keinen Kuchen gibt, sondern für beide Partner nur Krümel übrig bleiben. Wer würde denn sagen, er war schon mal in einer Krümelbeziehung? Okay, auch schon einige. Also, was mir immer wieder zu schwer zu verstehen ist, dass meistens beide Partner so ein Thema haben, Bindungsangst. Also der eine lebt es natürlich aktiv aus, indem man einen immer so auf Distanz hält. Aber die Frage ist auch, warum bin ich vielleicht öfters in solchen Beziehungen? Habe ich nicht vielleicht auch ein Thema mit Intimität? Merkt man häufig erst, wenn man selber in sichere Beziehungen geht. Es ist manchmal schwer zu erkennen, dass du selber in einer solchen Beziehung steckst, da diese viele, viele Jahre andauern kann und man mit Bindungsangst eher den Dauersingle assoziiert. Wie schon oben beschrieben, geht diese Verbindung ein Minuspol ein. Ja, Minuspol nenne ich das gerne immer Minus, Pluspol. Wenn ihr so auf YouTube, Google findet man ja häufig diese Begriffe mit Narzissmus, Co-Abhängigkeit, aber vor allen Dingen Narzissmus. Und Narzissus ist natürlich unheimlich prägender Begriff, den muss man auch mal, also natürlich kann es sein, dass viele von euch mit narzisstischen Menschen zusammen waren. Ich fange langsam an, diesen Begriff zu hassen, weil da wirklich so ein Vorschlaghammer geworden ist und dieses ganze Bashing, die bösen Narzissen. Und wenn man so lange auf Social Media ist und YouTube ist, dann fragt man sich manchmal gerade die Leute, die das total laut rausschreuen, das sind alles Narzissen, wie die so agieren, da fragt man sich manchmal wirklich, wer ist denn jetzt hier eigentlich wer so? Und seitdem mag ich den Begriff nicht mehr so. So, also ein Minuspol, und das ist keineswegs immer der Mann, der Angst vor zu viel Nähe, Verbindlichkeit und Intimität hat. Darunter liegt aber oft das Gegenteil verborgen, die tiefliegende Sorge, verlassen zu werden und nicht gut genug zu sein für echte Nähe und Intimität. Ja, auch da, kurz noch so eine Nebenanmerkung, wie viele Männer, können die Männer mal einmal Handzeichen geben? Oh, es sind aber echt viele heute. Okay, Wahnsinn. Gut. Das ist ja überhaupt nicht so, dass das, auch das ist so ein Irrtum manchmal auf YouTube oder in der Literatur, da gibt es ja auch Buch, so der weibliche Narzissmus zum Beispiel. Es ist nicht so, dass es nicht stimmt, dass es, natürlich gibt es eine Menge Geschlechterunterschiede, aber es ist, ja, also überhaupt nicht so, dass die Männer immer die Narzissten sind und die Frauen die Borderliner oder so, also das kann kreuz und quer gehen und Männer kommen weniger zu diesen Veranstaltungen. In meinen Kursen sind sie aber, würde ich mal sagen, bestimmt so 30 Prozent repräsentiert und in den Sitzungen, die ich mache, das ist sogar 50-50, würde ich sagen. Gut. Und in diesem letzten Satz war auch eine ganz wichtige Sache, das finde ich persönlich gerade immer spannender, dieses nicht gut genug sein. Also ich glaube, wenn wir alle, das ist ja wirklich wie so eine Seuche, meine, wer fühlt sich wirklich gut genug, also wenn wir alle uns wirklich gut genug fühlen würden, egal wo wir gerade stehen auf unserem Weg, egal wie viel Macken wir meinen zu haben, also da wäre so viel gewonnen, da wäre die Erde, in einem Tag wäre die Erde ein anderer Mensch, wenn jeder das Gefühl hätte, ich bin gut genug, ich muss nicht ständig streben und besser sein oder überhaupt gut genug sein und das spült sich halt in Beziehungen ganz stark aus, weil jemand, der zum Beispiel jetzt so, sagen wir mal, narzisstische Anteile hat, der denkt natürlich sowieso ständig, er wäre nicht gut genug, aber auch der Pluspol denkt natürlich auch immer, dass es nicht reicht und dann arbeiten sich beide aneinander ab und das ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, und das ist nicht immer die Frau, befindet sich der Pluspol mit einem ängstlich besorgten Bindungsstil, der in der Beziehung immer zu kurz kommt und mehr Nähe, mehr Verbindlichkeit, mehr Sex will. Auch bei ihm brodelt unter der Oberfläche meist kaum erkennbar eine eigene Näheangst. Warum sonst würde er sich ständig Partner suchen, die nicht wirklich verfügbar sind? In diesem Sinne sind ganz viele Menschen liebesambivalent, haben also jeweils einen Anteil Nähe und Verlustangst in sich. Meist zeigt sich aber ein deutlich bevorzugter Bindungsstil. Auch das ist, glaube ich, für viele, die auch zu meinen Kursen sind oder auch das Buch vielleicht gelesen haben von euch, dass man hat eigentlich beide Teile in sich, auch wenn man oft einen lebt, aber es ist nicht so, dass es sozusagen die Leute gibt, die nur so Opferanteil in sich haben oder die nur Täteranteil oder nur Bindungsangst. Es ist immer alles relativ. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich bin immer der Verlustängstliche, aber ich date jemand, der noch verlustlängstlicher ist, dann drückt er mich ins Minus. Oder es gibt so ein Sprichwort, wir halten mal einen Bindungsängstler, man setzt ihm jemand vor, der noch bindungsängstlicher ist. Es ist immer so, auch in der Relation halt, und man drückt sich halt in der Beziehung immer gern so in die Pole rein. Und deswegen, es fangen zum Beispiel auch viele Leute, ja, was ist denn, wenn jetzt zwei Pluspole zusammenkommen? Ja, einer wird meistens zum Minuspol, solange man diese Muster nicht verstanden hat. Weil man automatisch drückt man sich so in diese Muster rein. Auf jeden Fall ziehen sich Plus- und Minuspol magisch an. Auch deshalb, weil sie so viel voneinander lernen können. Oft starten solche Beziehungen besonders schnell und intensiv, weil sich beide unbewusst oder bewusst schon darum sorgen, was passiert, wenn nach der ersten Verliebtheit ihre Ängste plötzlich auftauchen. Wie nennt man das, diese erste Phase? Gerne, wenn es so intensiv ist. Lovebombing, genau, das ist so. Ja, es ist jetzt wirklich nicht so die Toxischste von diesen ganzen Sachen, aber wenn man halt so ein bisschen verknallt ist, dann denkt man, ach, das ist ja süß, das ist ja nett. Und dann ist dann halt, man dann halt merkt, oh, der andere will einen ja gar nicht daten oder nur bei der Stange halten oder der ist gar nicht Single oder will einen so ein toxisches Dreieck reinziehen, wo man dann merkt, ja, das ist vielleicht doch nicht so gut. Aber macht der Pluspole auch gerne. Das Lovebombing. So, irgendwann fängt der Minuspol an, sich zurückzuziehen, ohne dass es einen offenkundigen Grund dafür gibt. Es gibt auch keinen, außer der Angst vor Nähe. Das Problem bei der Näheangst ist halt, also wenn man Verlustangst durchaus als Angst wahrnimmt, jemanden zu verlieren, nimmt man Bindungsangst halt häufig nicht als Angst wahr, sondern als so ein dumpfes Gefühl von, oh, es wird mir zu viel oder zu nah oder der andere will zu viel von mir, kann ich gar nicht erfüllen. Also diese Mauern, die man häufig im Minuspol hat, die nimmt man, ja, nimmt man eben wahr als so ein Abflauen von Gefühlen. Also wenn man das wirklich als Angst wahrnehmen würde, könnte man da leicht damit umgehen, aber so im Minuspol ist halt immer so ein unwohles Gefühl, es ist zu viel und das macht es halt auch schwierig, weil das selbst für einen Minuspol ist es schwer zu verstehen, sind das jetzt tatsächlich die Gefühle, die vielleicht doch nicht so doll sind oder stehe ich mir da gerade selber im Weg, sabotiere ich mich da gerade selber. So, das triggert wiederum die Verlustangst des Pluspols und der beginnt zu leiden. In der Regel setze ich in einer Beziehung der Partner mit seinen Wünschen durch, der weniger erwartet. Also wird die Beziehung immer dünner, wie es sich für den Bindungsängstler scheinbar richtig anfühlt. Der Pluspol fängt nun an, alles Mögliche auszuprobieren, um den Partner zurückzugewinnen. Jammern, klagen, sich selber zurückziehen, Bücher zum Thema lesen und schenken auch so. Leider ändert das nur wenig an der Grunddynamik. In vielen Beziehungen gibt der Pluspol irgendwann auf und akzeptiert zähneknirschend eine Beziehung, in der es entweder keinen Sex mehr gibt oder man sich nur noch einmal die Woche sieht, wenn überhaupt. Die Frage ist, warum geht er nicht einfach? Das hängt mit dem oben beschriebenen hin und her zusammen. Außerdem mit eigenen biografischen Erlebnissen und Einstellungen, viel aber auch mit der Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Man hat ja schon so viel investiert. Und nun einfach alles aufgeben. Und es gibt ja immer mal wieder ein Highlight, wenn auch zunehmend seltener. Bildig gesprochen, gewöhnt sich der Pluspol Stück für Stück daran, dass es nur noch Krümel gibt und keinen Kuchen. Ja, das ist wirklich ein ganz spannender psychologischer Prozess, der sich hier abspielt. Und zwar gibt es ja in der Psychologie gibt es halt dieses, die kontinuierliche Verstärkung, nennt man das, oder die intermittierende Verstärkung. Also, dass es mal ganz platt gesagt ist, wenn ich einen Hund habe und will dem Apportieren beibringen, dann ist kontinuierliche Verstärkung nichts, da kriege ich jedes Mal ein Leckerli, wenn er apportiert hat. Apportiert, Leckerli. Und intermittierende Verstärkung ist, der Hund apportiert und mal kriegt er ein Leckerli, mal nicht. Und das ist völlig konfus quasi. Das nennt man intermittierende Verstärkung. hat man auch beim Spielautomaten oder also bei ganz vielen anderen Sachen gibt es das auch. Und irgendwie hat die Natur das so eingerichtet, dass diese intermittierende Verstärkung, die ist halt viel stärker. Und das ist selbst bei Hundetrainern so, dass die zum Beispiel, wenn die Hunden was beibringen, geben denen halt auch nicht, also die machen das genau so, die geben denen nicht immer ein Leckerli. Und in diesen Beziehungen spielt sich dann halt diese intermittierende Verstärkung aus. Das heißt, ich gehe immer mehr an so einen Mangel, 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 Mangel. Dann werde ich wie besessen vom Thema Nähe und Sexualität. Und ab und zu gibt es das ja auch. Dann kriege ich wieder so einen High, so einen Kick irgendwie. Und das ist ganz toll. Und das kann halt dazu führen, dann das ist, also wie bei so Drogenprozessen, dass man eigentlich immer weniger High hat und immer weniger Angst und Mangel und immer mehr Krümel. Es gibt da so ein ganz tolles, aber da steht ja auch irgendwo drin, ein ganz tolles Experiment mit Wildtieren. Da hat man Wildtiere so drei Futterstationen aufgebaut. An einer Station gab es immer Futter, an einer Station gab es nie Futter und an einer Station gab es unvorhersehbar Futter. Wo waren die meisten Tiere? An der dritten Station, das ist wirklich total widersinnig. Das kann man wussten, eine gibt, wo es immer Futter gibt, aber so läuft das halt. Ein Beispiel. Gustav kommt auf meine Couch. Er ist seit einem Jahr mit einer Frau zusammen, die sich wiederholt zurückzieht, obwohl sie zugleich mehrfach betont, wie sehr sie ihn lieben würde. Er ist verwirrt, möchte ihr einerseits Zeichen geben, andererseits sieht er mit wachsender Klarheit, dass sie sich einfach nicht zu ihm bekennt. Das ist halt auch häufig in diesen Beziehungen diese Commitment-Probleme. So geht sie alleine zu Familienfesten, plant ihren Urlaub ohne ihn und lässt auch viele Gelegenheiten aus, bei denen man sich sehen könnte. Wir erarbeiten zunächst, was er sich eigentlich mindestens wünscht. Stichwort Standards. Und wie er dies ganz im Sinne der wichtigen und guten Selbstliebe vorbringen kann. Seine Partnerin Nicole scheint auch zu Beginn sehr verständnisvoll und verspricht, eine ganze Reihe von Dingen zu ändern. Auf die Dauer zeigt sich aber wieder das Muster, dass es zwar viele schöne Worte gibt, aber die Taten fehlen und Versprechen letztlich gebrochen werden. Weiß jemand das Wort für diesen Prozess? Zufällig sind, liebe ich so. Das ist Future Faking. Das ist dieses Simulieren einer Zukunft, die es nie gibt. Das hat man auch so in diesen Affärenprozessen. Ja, nächsten Monat verlasse ich meine Frau oder ja, es ging jetzt nicht, wir mussten das Haus bauen und dann in zwei Monaten, nein, ging auch nicht. Das Kind wird eingeschult und dann wird man immer weiter vertröstet und vertröstet und vertröstet. So, Gustav braucht jede Menge Verständnis von mir und auch von Freunden, also einen Realitätsabgleich, dass seine Wünsche völlig in Ordnung sind und nicht etwa anhänglich. Aufgrund der Situation in seiner Herkunftsfamilie hat Gustav sich einfach zu sehr daran gewöhnt, dass es selten um ihn geht. Als Nicole ihn aber schließlich zu Weihnachten auslädt und ohne ihn feiern möchte, sieht er, dass die Beziehung endgültig im Krümelstatus angekommen ist. Obwohl er noch sehr viele Gefühle hat, verlässt er Nicole, um nicht weiter hinter jemand herzurennen, den er doch nie erreichen wird. Ja, ähm, genau. Jetzt könnte man natürlich auch überlegen, warum macht der Minuspol das? Ähm, es ist natürlich immer wieder anders, also es gibt halt so Leute, die in diesem Modus sind, die wirklich nicht merken, dass sie das eigentlich machen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die können halt auch nicht alleine sein, aber die sind nicht so abhängig zu einem Partner, sondern dazu einfach immer wieder, ähm, sich Bestätigung zu holen von anderen, das, äh, und dann hat man vielleicht schon irgendwo ein anderes Eisen wieder im Feuer. Ähm, also es ist, häufig geht es eben auch so mit Wangel der Ehrlichkeit, Manipulation einher. Also wenn man wirklich ehrlich sein würde, immer dem Partner gegenüber zum Beispiel sagen würde, ja, du, ich sehe die Beziehung als so ziemlich locker und nicht so voll committed, dann wird ja gar nicht so viel passieren, ne, es kommt immer durch dieses, ja, äh, Lügen, irgendwie nicht so richtig ehrlich sein, da kommt halt häufig dieser Drive dann rein. Irgendeine Frage zur Krümelbeziehung? Nur Mut, seid so still. Okay. Chronisches Fremdgehen? Äh, ich behandle das Thema Fremdgehen ja in einem eigenen Kapitel, hier greife ich mal eine spezielle Form auf. Definitiv ist jede Beziehung, in der irgendeine Form von geheimen, fortlaufenden Fremdgehen existiert, nicht gesund. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Dabei geht es vor allen Dingen um massiv fehlende Empathie. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Ich habe natürlich, also in Zeiten, als ich noch viel als Paartherapeut gearbeitet habe, dann ist natürlich Fremdgehen, das ist natürlich so das Thema. Und, ähm, ja, bei den meisten Paaren ist es halt so, die sind dann, weiß ich nicht, zehn Jahre zusammen, zwanzig Jahre und dann kommen die Kinder in die Pubertät und man kommt in die Midlife-Crisis und dann geht mal jemand fremd, das ist so die eine Sache. Da kann man auch, gut, das ist natürlich immer sehr verletzend, aber trotzdem kann man da häufig was mitarbeiten. Also chronisches Fremdgehen ist halt eine andere Geschichte. Also wenn jemand, ähm, ja, also einfach immer wieder lügt, dann ist also spätestens beim zweiten Mal fragt man sich natürlich, wie soll ich denen überhaupt noch vertrauen und das ist dann irgendwie auch eine Sache, die sich, also nach meiner Erfahrung wirklich kaum abstellen lässt, so. Und das ist manchmal wirklich frappierend in so Paartherapie-Situationen, wenn man so dieser mangelnden Empathie begegnet, also da gibt es wirklich Partner, die dann sagen, die wirklich auch voller Imbrunst sagen, ich verstehe nicht, warum mein Mann jetzt zum Beispiel so verletzt ist, wenn ich fremdgehe, weil ich habe doch mit ihm auch geschlafen, ne, ich habe doch, habe mit ihm gefeiert, war mit ihm, war doch immer da, ne, wo ist denn jetzt das Problem, also, oder andersrum, der Mann halt, wenn er fremdgegangen ist, äh, das ist manchmal wirklich, dann steht man, äh, also wenn man wirklich manchmal Leute erklären oder warum sie sich nicht abgemeldet haben von Partnerbörsen oder warum sie sich heimlich angemeldet haben, wenn die einem dann irgendwie so eine Story auftischen, wo man das Gefühl hat, die glauben das wirklich in dem Moment, dass es total okay ist, dass es wirklich sehr irritierend, so, äh, dieser Mangel betrifft jede Form von Loyalitätsverletzungen, auch geheimes SMS-Schreiben und so weiter, ja, das ist auch eine Sache, die mir so in der Praxis immer mehr untergekommen ist, also erst mal, also als ich angefangen habe als Paartherapeut 2000, ja, da gab es ja mal so gerade Handys, sag ich mal, und, ähm, also, und heutzutage kommt es ja immer über Handys raus, ne, und die Möglichkeit gab es früher ja gar nicht, äh, früher konnte man nicht so eine Nebenbeziehung führen, so über SMS, ne, wo man sich ständig mit jemandem schreibt oder irgendwie so ein Sex-Chat hat oder irgendwie sowas, und auch da, ich weiß auch nicht, ob das so Zeitgeist ist, also da scheinen auch viele Menschen überhaupt kein Feeling für zu haben, dass es nicht in Ordnung ist, ne, das ist so nur ein Chat, ne, oder wir haben uns nur irgendwelche Bildchen geschickt und man selber ist dann vielleicht völlig schockiert und denkt, okay, aber auch das ist so ein Empathie-Thema dann, ne, es spielt auch keine Rolle, ob sich für den Betrogen im alltäglichen Zusammensein etwas ändert oder ob sich alles wie sonst anfühlt. In solchen Beziehungen zu bleiben, schadet dem Partner massiv und er geht mit entsprechend negativen Erwartungen in zukünftige Beziehungen. Bitte prüfe deshalb für dich, ob es in deiner Partnerschaft ein solches Muster gibt. Auch in diesen Fällen finden sich die Ursachen in der eigenen Kindheit oder Jugend. Es könnte zum Beispiel sein, dass du Illoyalität und grenzübertritte der Eltern zum Beispiel einen fremdgehenden Vater als Kind erlebt und beobachtet hast und es da einen blinden Fleck bei dir gibt, was dein eigenes Verhalten angeht. Muss nicht unbedingt das sein, es kann auch sein, dass man einfach, wie soll ich mal sagen, also viele, vielleicht auch viele von euch hier, sind ja so, die sehen immer das Licht dem anderen Menschen und ja und jeder hat eine zweite Chance verdient und wir können ja nochmal drüber reden und das ist auch im Prinzip in Ordnung, solange man nicht die dritte, eine vierte, eine zehnte, eine siebensechzigste Chance gibt, dann wird es halt echt sehr immer toxischer. Die On-Off-Beziehung. Die On-Off-Beziehung bezieht sich eigentlich auf einen bestimmten Zustand, während einer toxischen Beziehung, der eintritt, wenn der Pluspol anfängt, sich zu wehren. Dieses sich wehren drückt sich aber nicht in ruhigen Abgrenzen aus, sondern entfacht einen Proteststurm des inneren Kindes. Also inneres Kind ist dieser Anteil in einem der, ja, was man so in der Kindheit erlebt hat. Man könnte auch sagen, es ist die Wut darüber, dass all die Aufopferungen für den Minuspol bisher nichts gebracht hat. Der Pluspol versucht, die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen, zum Beispiel durch Androhung oder Vollzug einer Trennung. Aber auch der Minuspol kann scheinbar eine Trennung initiieren, um den Pluspol wieder gefügig zu machen. Daher kann die On-Off-Dynamik ein Zeichen für die Erkenntnis sein, mit der Konsequenz, dass eine oder beide Teile einer toxischen Beziehung versuchen, diese zu verlassen. Leider braucht es bis zu 15 Versuche, diese Dynamik tatsächlich zu entfliehen. Also ich habe wirklich einige Klienten, ja, es ist wirklich, also wenn man alles mitzählt, ist es wirklich häufig in dem Bereich und das ist auch, auch das hängt natürlich wieder viel mit diesem Suchtcharakter zusammen. Also diese On-Off-Beziehungen sind natürlich immer hot und Versöhnungssex und also diese ganzen Hormone, die da entstehen. Also man wird quasi wie abhängig von der eigenen Körperschemie. Wer war meine On-Off-Beziehung? Wenig, Wahnsinn, das ist ja recht, okay. Warum kommt es nun zu der On-Off-Dynamik? Immer wieder geht es darum, dass stark belohnende Aspekte in einer Beziehung gibt, die nicht zwingend gesund sein müssen, zum Beispiel eine intensive Sexualität und ebenso negative Dramen wie endlose Streits, Eifersucht, Verletzungen und so weiter. Logischerweise verlässt du dann deinen Partner, wenn du gerade die negativen Erfahrungen eures Zusammenlebens sehr hoch wertest und keine Hoffnung mehr siehst. Da du aber in einer toxischen, süchtigen On-Off-Beziehung steckst, lässt sich der andere nicht einfach gehen. Er versucht, im Namen der Beziehung alles, dich unter Kontrolle zu behalten oder diese zurückzugewinnen. Die Bindungsängstlich reagiert nach der Trennung wie auf Knopfdruck überraschend nett, verführend, versprechend. Das fällt dir auch leicht, da der gefühlte Druck der bisherigen Erwartungen des Pluspols plötzlich wegfällt. Und nicht nur das, beim Minuspol kann regelrecht Panik ausbrechen, weil die schöne Energiezufuhr abrupt unterbleibt. Ja, das hört sich jetzt so, also das ist ja in sich schon schwierig. Ich sage ja auch immer gern, On-Off heißt eigentlich nicht kompatibel. Aber das ist tatsächlich hochgradig irritierend, wenn man jemand hatte, wo man so denkt, boah, voll der Minuspol, der will ja gar nicht richtig Beziehung. Und dann geht man raus und auf einmal gibt er wieder Vollgas. und der Irrtum ist dann häufig, dass man denkt, der andere liebt einen so. Aber tatsächlich seid ihr dann die Tankstelle für diesen anderen Menschen. Der will einfach nicht, dass ihr als Tankstelle weggeht. Das ist manchmal wirklich so schwer zu verstehen. Und wenn jemand seine Tankstelle verliert, der gleichzeitig nicht so empathisch ist, dann kann das auch recht schnell so Sachen ausarten, wie, weiß ich nicht, Druck machen. Das kann sogar bis zu Stalking gehen. Also auch Stalker sind meistens eher Minuspole, komischerweise, die dann versuchen, mit Druck oder mit, ja, teilweise sogar mit Angst machen oder hinterherlaufen oder was weiß ich, irgendwie, also unbedingt wieder, ja, in diese Beziehung zu kommen, aber nicht, um die liebevolles fortzusetzen, sondern weil die halt immer Energie rausziehen und dann haben die gerade keine eigene, keine andere Tankstelle und dann fühlen sie sich ganz schlecht und dann muss der andere wieder an Bord kommen und wenn er nicht an Bord kommt, dann wird, weiß ich nicht, dann wird wütend auf dem rumgetrampelten Anführungsstrichen, also das hat da mit Liebe so gar nichts mehr zu tun. Der Trennende färbt sich sein Leben rosa, das heißt, er lässt die schlechten Erfahrungen schneller verpuffen als die schönen und wertet bald anders als zuvor. Vielleicht war es doch nicht so übel, warum soll ich mir die Mühe machen, jemand Neues zu suchen? Ja, auch das ist so eine, eigentlich, glaube ich, gute Eigenschaft unseres Gehirns, die aber hier schlecht ist, dass unser Gehirn neigt dazu, schlechte Erinnerungen irgendwie so in den Mülleimer zu schieben und die Guten bleiben da, deswegen hat man auch häufig das Gefühl, so die guten alten Zeiten oder mal ein toller erster Freund oder mal eine tolle erste Freundin oder eben auch, ja, die war ja gar nicht, die Anfangszeit war ja schön in der Beziehung, das ist auch, was viele Menschen dann doch nochmal in eine zweite, dritte, vierte Runde gehen lässt, das sind ein paar Monate vergangen, dann taucht plötzlich der Ex wieder auf, man erinnert sich irgendwie auch nicht mehr so ganz genau dran, wenn man keine Shitlist gemacht hat, was ich mal wieder sage, dann denkt man, so schlimm war es ja gar nicht und zack, hängt man wieder drin. Anschließend kommt es zu Wiedervereinigungen mit viel Versöhnungssex und noch mehr Versprechungen, dass alles besser wird. Würde es sich um eine gesunde Beziehung handeln, in der es aber eigentlich nicht notwendig sein sollte, sich überhaupt zu trennen und genug wahre Liebe geschenkt wird, würden diese Versprechungen auch gehalten werden. Wenn du jedoch in einer toxischen Beziehung festsitzt, kannst du es in der Regel vergessen. Es wird nie besser. Das liegt daran, dass es sich um Ego-Liebe handelt, die letztlich nur kontrollieren und auftanken will. Salopp formuliert, nach einem kurzen Honeymoon sind ruckzuck die alten Probleme wieder auf dem Tisch. Der andere will gar nicht wirklich etwas verändern, sondern nur den Status quo erhalten. Wie schon gesagt, werden dann die Verletzungen durch das giftige Muster von Runde zu Runde heftiger. Besser ist es, Trennungsandrohungen und Trennung zu vermeiden und stattdessen eine Zeit lang, zum Beispiel während einer Paartherapie, genau zu beobachten, welche alten Muster angetriggert werden, welche Schmerzen aufkommen, um herauszufinden, wie toxisch die Beziehung verläuft. Ja, das habe ich hier noch relativ nett geschrieben. Tatsächlich auch so und Aufbeziehungen auch in der Paartherapie sind. Also, Pascal hat, glaube ich, noch nie erlebt, dass ich das irgendwie gebessert hätte, dieses Muster, wenn es erst mal einmal zwei, drei Offs gegeben hat. Ja, kommt man da eigentlich nicht wieder raus. Von der zweiten Off-Phase, spätestens ab der dritten, empfehle ich definitiv, die Beziehung nicht wieder aufzunehmen. Es sind durch die Trennung so viele neue Verletzungen dazugekommen, dass ihr es gar nicht mehr schafft, das alles abzubauen. Manche mögen das vielleicht spannend finden und leidenschaftlich nennen, in der Regel deshalb, weil sie es aus der Kindheit kennen. Heftige Streitigkeiten, Schmerz und andauernder Versöhnungssex sind aber kein Zeichen einer gesunden Liebe. Auch das ist manchmal so ein Problem, dass man sich dann, auch wenn es jetzt nicht unbedingt on-off ist, aber dass man sich in diesen etwas toxischen Beziehungen so gewöhnt an dieses Drama-Level. Und wenn man dann das erste Mal in einer, ja, irgendwo gesunden, sicheren Beziehungen ist, fühlt sich das so ein bisschen an wie, ist ja gar nicht so richtig was los, so irgendwie, muss man sich dann häufig erst mal dran gewöhnen, weil dieses Drama, das hat so einen gewissen Suchtcharakter, weil wenn man so im Drama ist, dann muss man sich nicht so mit seinen eigenen Themen beschäftigen, das legt sich so wie so eine Decke über alles drüber. Wer von euch sieht sich dann in einer gesunden Beziehung gerade? Okay. Oje. Okay. Okay.